er hat auch 56 Minuten Zeit um dann ein bisschen Spaß zu haben mit der Ecke und erfüllt sie immer weiter und weiter mein Gott gibts mir du geile Ecke gibts auf na, hännisleer? hab noch einen ich wüsste ja was ich in seiner Situation machen würde alter Maul nein komm ja da unten ja ist egal es hat ein Dev droht ne? ja, es kommt jetzt auch gleich ja, geil so jetzt bin ich zumindest hier hier drin guck dir die feige Sau an scheiße, das geht nicht ohne mich selber zu verletzen ooooh egal, ich mach jetzt mal einfach jähnen ja, ich komm nicht durch nein, ich hätte auch was sinnvolleres gemacht scheiße du hättest auch Hyptolydly genommen und dann einfach zu mir abgeschlachtet ja, wäre schlauer sooo du denkst, du bist da hinten sicher? ja, deswegen ich fiel jetzt gerade auch ein bist du immer noch sicher? ja, bin tot ich weiß nicht so recht doch doch, bin tot ok da müsst du bei 10, 11, 12 Schaden geben 112 ist auch ok what? wo kam der Schaden her? ja, weil er die ganze Zeit darauf rumgehopselt ist ja, trotzdem ich dachte, das macht nicht so viel Schaden egal da schmeißt jetzt eine Granate rein, ist dein Ende äh, mit der Arbeit, wer schlauer Hello ist zu, weißt du? nein, Mann der kann eh noch genug ab, du hast doch genug, was du abkannst, Mann mach doch irgendwas besseres jetzt hilf ihn nicht hier, sondern du darfst das hier moderieren, ja, aber nicht helfen hör auf mich ich bin, ich hab zuerst verloren ich hab zuerst verloren ja genau, hör auf ihn, er hat zuerst verloren ja, das reicht wunderbar ich hab Sui und Ali getötet sie hat trotzdem also ich find mein Grab schon immer noch am schicksten na super, jetzt bin ich auf jeden Fall tot ach so, das war ja auch noch so obwohl, nein, du kommst ja nicht zu mir ich hab nur gewartet, dass das endlich kommt so das schaffst du glaub nicht aber Houston, jetzt hab ich ein Problem ja nein, hab ich nicht zu mir keine Seide mehr, wa? du kannst nicht pornen und dann nächste Runde zu mir das war schon scheiße fuck letzten Schuss, alter ja, das war echt ein Schuss, das war geil RIP DIVILATE ist schon fast wieder gewonnen ja, das wär erst vorbei gewesen ja, dann brauchen wir jetzt auch noch die dritte Runde, wo ich noch gewinne, würd ich sagen, oder? ne, 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 wir machen so lange, bis jemand zwei Runden gewonnen hat das ist die Sichtbedingung bei dem Tournament stimmt, okay soll ich uns wieder eine Runde bauen? ja ne die war voll scheiße ich war aber echt doof, irgendwie da war viel zu viel Versteckerei ja, dann ja, wurden der Runde HELLO1986 größer Schaden mit einem Schuss was, du hast 104 Schaden gemacht? ja, da hätt ich dann halt sagen müssen, dass hier nicht so viel Zeug ist, ne? Linke Maustus Objekte, Mannschaft, für weniger, genau weniger Objekte mit Brücken in den Landschaften wow, Brücken wollen wir auch nicht haben, ne? wieso nicht? warum nicht? ist doch cool Brücken können wir haben, gut, dann haben wir viele Brücken so, klicken zum Einzeichnen des Tunnelsystems in den Landschaften ey, weg damit UUAH oh Gott, oh Gott was ist das hier? mach doch, nimm doch einfach Höhle, dann kann man, haben wir auch keine Airstrikes, dann wird es auch ganz wieder wieder interessanter willst du eine Höhlenrunde haben? naja, gut ja, mach mal eine Höhlenrunde, das ist viel cooler boah, da kann ich gar nicht drauf ab, egal, mach ah, die Höhlenrunde, die Höhlenvorlagen, ok, nehmen wir mal die hier ah, verdammt ist das so, aber es war gut die Vorlagen die Vorlagen ja, wat denn, dass ich schon mal eine Höhle hab, so wer möchte die Höhle, der die Vorlage sei? wat, willst du mich dissen? ne, ist nur grad irgendwie lustig ach, Igel, du fühlst dich wohl in die Höhle Das ist so herrlich zweideutig. Ja. Du wichst Vorlage. Du willst eine Höhle als Vorlage benutzen. Bitte schickt ihm eure Höhlen, Leute. Das geht gerade an die hübschen weiblichen Zuschauer. Nein, du nicht, die hübschen. Und an die Männer. Der mag keine feuchten Höhlen, der mag es gerne tropfen. Lass mal sehen, wie feucht die Höhle wird. Scheiße, jetzt habe ich auch noch gelacht. Scheiße, jetzt habe ich auch noch gelacht. Ist das dein Ernst? Ich bin verwirrt. Und deabonniert alle. Nicht daran denken, deabonniert Igel. Manu, könnte mal sein, dass hier ein Licht aufgeht. So, jawohl, danke. Ja, ist gerade nicht aufgegangen. Ja, ich habe es gesehen. Als ich deine Höhle gesehen habe. Oh ja, ich fange mal an. Das ist ja mal eine schöne Sache. Das ist ja mal was ganz anderes hier. Guck mal, wo Bam ist. Wie unfair. Mir hängt ab, wer zuerst dran ist, würde ich sagen. Um Bam kümmere ich mich gleich. Du musst dich erst wieder um den Seekönig kümmern. Ne, das machen wir diesmal nicht. Das geschah. Du brauchst ja eigentlich nur eine Granate nach unten schmeißen. Ne, das reicht ja nicht so wirklich. Natürlich, die beiden fliegen auf jeden Fall beiseite. Und wenn du die Granate passend schmeißt, dann explodiert noch das Fass. Das macht zu wenig Schaden. Ja, aber das fachst du jetzt extra Attacke. Ach, scheiße, ich hätte einen anderen nehmen sollen. Wie kann man das machen? Checkt das gar nicht. Ich habe irgendwie gar keine. Du hast es scharf. Oder du hast wahrscheinlich auch super scharf oder so. Oh, ich weiß es nicht. Je nachdem, was du ausgewählt hast. Nicht, das kann nichts werden. Jetzt kann es wieder was werden, verdammt. Ja. In dein Gesicht. 1A. Was machst du da? Jetzt mach doch mal da was. Echt? Bäm! Bäm! Falsch. Du bist reingeböllert worden. Ja, das Ding macht halt ein bisschen Wumms. Ich wollte dich beide treffen. Ach, er ist erst dran. Fuck you. Da hätte ich einen reinlaufen sollen. Da in den riesen Haufen hier. Da hätte ich sogar noch zwei Hello-Zwecke geknackt. Scheiße. Na, Hello-Zwecke ist gleich nicht mehr. Ähm, wie mache ich das? Jetzt einfach Stoß! 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 Nein! Tschüss! Oh Gott, hat ein Fail, ey. Hat ein Fail. Oh Gott, was ist die scheiß Lache gerade? Ich rutsche da voll rein. Nein! Oh, ich bin drüber, ich bin drüber! Wie geil ist das denn? So ein Glück, Alter. Boah, was steht denn da von Karten ab? Oh, Bad Bull! Bad Bull! Bad Bull! Bad Bull ist eingetroffen! Du bist doch so schwul, Mann. Der GLP, der kriegt als erstes aus dem Maul, ey. Ja, guck mal, wie wenig ich nur noch hab. Was noch? Der German Let's Play lädt eigentlich. Ja, guck ihn dir an, ey. Ja, genau. Hallo, hallo. Ja, normal. Geht doch. Erledigt! Du bist so gemein, ey. Da, schon bist eingetroffen! Ja, ich dachte jetzt hier, den Manu will ich nicht noch weiter ärgern. Der ist schon so am Arsch. Am Arsch. Hui. Nicht Sui. Hui. Nicht Sui. Nicht Sui. Sui ist lieb. Ist mir so scheißegal. Ja, werden wir mal gleich sehen, wie lieb der ist. Nein, 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 nimm den anderen und schieß auf den Titan Eagle, dann fällt er runter. Nein. Ja, weißt du, wie er uns hier alle aufeinander aufsetzt, Dois? Feuer! Oh, da krass. Oh, das war ich gerade mit dem Bildwerk. Nein! Scheiße. Oh, du bist doch reingesprungen, das war ein Foto. Ja, ja. Kein Problem. Äh, dass du dich nicht bewegen kannst, ne? Mal sehen, wie lieb der Sui ist hier. Na? Komm, Ali. Nee. Gib den Sui. Ja, jetzt will er ihn noch schön in die Super hauen, ne? Scheiße, kann er links zwei töten. Nein, 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 geh da hoch. Ja, lass los, lass los, lass los. Ja, du musst jetzt... Oh, zu spät. Hättest du jetzt voll gewinnen können. Komm, jetzt mach mal so einen richtig schönen Fail. Haha, wie ich gerade. Ja, Mann. Wie ich die ganze Zeit vorhin. Komm, das Let's Fail together nennen. Let's, nee, let's, let's, let's battle fail. Let's battle fail. Boah, der war gemein. Ja. Äh, muss die andere gestalten durch Dynamik, für diese Assi-Aktion, ey. Kein noch. Hey, Mann. Ah, ich hab' ich nicht mit erwischt. Schön gemacht, schön gemacht. Zwei auf einen Streik, das gibt mir schon mal die meisten Schaden. Töte Sui. So, Digga. Natürlich töd ich Sui, das Schwein. Wir sehen, wie lieb der ist. Nee, der Sui ist lieb. Du brauchst ja nur hochschießen, brauchst ja nur hochschießen. Nee, das Ding ist aber zu dick. Dein, dein Ding ist zu dick in der Höhle, hier. Ja, Mann. Ah, ihr tut mir nicht gut, ey. Egal, das muss so. Stoß, komm, ich wette mit dir, Stoß. Null Schaden, geil. Das war sowas sicher gewesen. Hast du schön gemacht. Aber jetzt kommt Schaf, 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 dann machst du beide weg, Alter. Schaf, hab ich ein Schaf? Ja, klar, ich hab echt ein Schaf. Aber wie genau Funster, das sieht so herzlich aus. Einmal drücken an Hürzelt rum und beim zweiten Mal drücken explodiert das Ding. Dann musst du einfach nur abpassen. Und los. Und... Perfekt. Druck! Er hat sich selbst mit der Büch... Naja, und? Das war nicht viel. Naja. Du musst mal an. Das hab ich zwar von hier... Ja, von da ist Ali. Ali steht auf Sui. Ali steht auf Sui? Wir mussten erst der Welt enthüllen. Jetzt ist es raus. Ali steht auf Sui. Und wenn er das tut, explodiert er. Was mach ich denn jetzt schönes Pfeil ist damit? Mach keinen Scheiß, Junge. Mach keinen Scheiß, Alter. Was machst du? Ich rauf auch nicht, was der vor hat. Ach so. Das hatte ich vor.